Die Region Stuttgart, Herz und Motor innovativer Wirtschaft. In Harmonie mit Moderne und Tradition. Verkehrstechnisch optimal angebunden. Hier im Pleidelsheim ist DeWald Stahlhandel zu Hause. Von hier aus bietet DeWald Stahlhandel seit über 25 Jahren als mittelständischer, konzernunabhängiger Stahlhändler in Baden-Württemberg seinen Kunden und Partnern aus Handel, Industrie und Handwerk zuverlässigen und fairen Service. Europaweiter Verkauf und Lieferung von zeitsensiblen Stahllieferungen in alle Industriezweige ist das Kerngeschäft von DeWald Stahlhandel. 1982 gründete der gelernte Kaufmann Hans DeWald das Unternehmen. Hans DeWald Stahlhandel. Durch seine 40-jährige Erfahrung und seinen sprichwörtlich guten Namen im Stahlhandel gelang es Hans DeWald innerhalb kurzer Zeit sein Unternehmen am Markt zu etablieren. Heute beschäftigt DeWald Stahlhandel 40 qualifizierte Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 25 Millionen Euro. 30, 26, 26. Kompetente und faire Beratung sind erste Schritte für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zur Erinnerung, DEWAL Stahlhandel ist konzernunabhängig. Unsere Kunden und Partner können sich deshalb in allen Belangen auf uns verlassen. Suchen Sie geeignete Werkstoffe in speziellen Qualitäten? Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen schnell und flexibel. Eine solide Preispolitik, das Einhalten von Verträgen, Fairness gegenüber Kunden und Lieferanten sowie schnelle Reaktionen auf die sich ständig ändernden Marktsituationen haben dazu beigetragen, unsere Marktposition in 25 Jahren kontinuierlich auszubauen. Mit einem modernen Hochregallager und 8000 Quadratmetern Lagerfläche sind wir in der Lage, auf unsere Kunden abgestimmte Qualitäten und ein komplettes Sortiment bereit zu halten. Durchdachte Logistik ermöglicht es, unser Motto Stahl, just in time, jederzeit umzusetzen. Ob beim Transport, der Vorratung oder anderen Serviceleistungen, unsere Kunden und Partner profitieren davon. DEWAL Stahl, just in time. Viele unserer Kunden lassen gleich bei uns sägen. Zehn leistungsfähige Behringer Sägemaschinen verfügen über große Schnittkapazitäten mit bis zu 550 mm Durchmesser. Unser Service erspart Ihnen eigene Investitionen in Säge, Personalkosten und teuren Lagerplatz. Stahl, just in time. Auf direktem Weg zu Ihrer Produktion. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und Gespür für den Markt. Möchten Sie Ihr benötigtes Material reservieren, für Ihren Einkauf und Materialbeschaffung längerfristig planen oder das Material bei uns vorhalten lassen? Mit Ihnen zusammen finden wir die bestmögliche Lösung. Sind bestimmte Anforderungen für die Verpackung der Ware gewünscht? Egal welche Abmessungen und Längen, ob es um den Transport der Ware oder die Zwischenlagerung geht. Suchen Sie die geeigneten Verpackungen für Ihren Versand? Wir haben die Lösung. Stahl, just in time, bedeutet für unsere Kunden schneller und flexibler Transport. Auch bei zeitkritischen Lieferungen. Dafür steht DEWALT Stahlhandel. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten unsere Mitarbeiter ein auf Sie abgestimmtes Lieferkonzept. Sei es mit unserem langjährigen Hausspediteur, Expressdiensten bei besonders eiligen Lieferungen oder extrem langem oder schwerem Material. Wir machen das Mögliche möglich. Mit festen Touren über unsere Hausspedition beliefern wir zuverlässig unsere Kunden. Just in time. Erfragen Sie unseren Tourenplan oder alle anderen Möglichkeiten einer zeitnahen Zustellung. DEWALT Stahlhandel. Stahl, just in time. Stahl, just in time. Start in time. 2,0-1-2-3-5-3-8-0-1-2-4-4-6-4-8-5-4-5-1-4. Vielen Dank.